hallo an alle leute die da draußen zuschauen und sie denken was soll dieses video eigentlich auf diesem kanal ja ich werde euch ein bisschen was sagen was in den nächsten paar jahren oder monate oder wochen halt auf diesem kanal abgehen werden ja also da werden halt videos kommen über drohnen wie der kanal schon heißt dann natürlich auch nicht nur drohnen videos auch ein bisschen was über sport dies das radfahren keine ahnung fußball volleyball spielen alles wir schauen dass wir viel mit kameras und drohnen machen und ja das wird auf diesem kanal passieren und ich hoffe heute wird gleich das erste video online gehen ich hoffe euch gefällt das gefällt es und ja und vielleicht kommen auch manchmal drohnen tutorials wie man ein paar aufnahmen dies das macht wenn man zu wem hin fliegt ein bisschen was über die fernsteuerung und ja bisschen was über mavik drohnen vielleicht ein und die andere person hat von euch schon mal sowas über diese drohnen gehört ich kann nicht reden entschuldigen sie und ja ich hoffe euch werden diese videos gefallen dass wir jetzt in den nächsten jahren so stattfinden auf diesem kanal vielleicht werden wir noch ein bisschen unbenennen ganz sicher sind wir es auch nicht und lasst ein abo da lasst ein like da ich hoffe euch gefällt und dankeschön ich hoffe ihr schaltet beim nächsten video wieder fleißig ein das war's mit drone